Ja, sag mal, Hux, wo hast du denn den Geistbock her? Bist jetzt erst der FC Köln-Fan geworden? Aber den Lanni bei mir auch in einem Quiz gewonnen. Ja, das ist ja cool. Aber wo tust du denn wehen eigentlich noch? Ha, der kommt ins Schlafzimmer. Boah, da stinkt's ja jesusmäßig. Ha, der wird dich schon tragewehen.